Hallo liebe Sportlerinnen und Sportler, hier ist euer TEAG-Lauf-Experte Marcel Breutigam. In diesem Jahr gibt es ein neues Gewinnspiel von der TEAG und zwar das TEAG-Lauf-Camp. Und dazu suchen wir dich, egal ob Marathonläuferin oder Hobbysportler. Wir müssen dazu auch gar nicht weit fahren, denn im Thüringer Wald herrschen beste Bedingungen. Und dazu findet das TEAG-Lauf-Camp vom 9. bis 11. April 2021 in Obov statt. Du kannst 1 von 8 Plätzen gewinnen. Zudem erhältst du 2 Übernachtungen mit Vollpension im Sporthotel Oberhof. Auch ich werde persönlich dabei sein und wir laufen gemeinsam durch den Thüringer Wald. Und was auch toll ist, die Physiotherapeuten von der Physiophonie werden euch zur Frage Ernährung und Prophylaxe tatkräftig zur Verfügung stehen. Und passend dazu erhältst du noch ein TEAG-Lauf-Camp-Shop und passende Armlänge. Sag uns in einem kurzen Video, warum du am TEAG-Lauf-Camp teilnehmen möchtest. Dein Video kannst du im Zeitraum vom 15. bis 28. Februar über das Bewerbungsformular der TEAG-Webseite hochladen. Das Video sollte nicht länger als eine Minute lang sein. Es sind alle gängigen Video-Formate erlaubt. Wichtig ist, dass die Dateigröße nicht 100 MB überschreitet. Tritt bitte alleine im Video auf. So halten wir Abstand und lernen dich persönlich kennen. Im nächsten Schritt trifft die TEAG-Fachjury eine Auswahl aus allen angesendeten Videos. Danach werden 15 Videos ins Rennen geschickt. Vom 8. bis 21. März kann öffentlich auf der TEAG-Webseite für die Videos abgestimmt werden. Die acht Bewerber mit den meisten Flicks gewinnen. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Falls das Camp wegen Corona ausfallen sollte, finden wir natürlich einen Nachholetermin. Wir wünschen euch nun viel Spaß beim Drehen, freuen uns auf eure Videos, bleibt sportlich und viele Grüße, euer Marcel.